Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Samstag, dem 18. August 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 440 und ja, ihr habt richtig gehört, es ist Samstag. Ich habe mich nicht wieder mal im Datum oder im Tag verirrt, denn ja, weshalb zeichne ich hier eine Folge auf? Ganz einfach, ich hatte Lust darauf und ja, draußen bei uns auf dem Dorf feiern sie ein Fest. Da ist noch ein bisschen laut und ich habe noch zwei, drei Stunden Webseiten basteln vor mir. Es ist auch erst 2.20 Uhr in der Nacht. Aber ja, gehen wir zu den Topics, wie man spricht, zu den Themen. Google One, Googles, Inbox, End-to-End, SMS und InOne. Zuallererst gehen wir zum Google Cloud Speicher. Kennt ihr ja das Drive oder die Drive-Geschichte von Google? Das hatten wir schon irgendwann im Frühjahr diesen Jahres. Google wird ja das Ganze umbenennen, ein bisschen Microsoft näher werden. Oder warum geht man jetzt auch auf die One? Die Weiche, wie man es kennt, 15 GB gibt es kostenlos. 100 GB Kosten, 1,99 Dollar. 200 GB sind 2,99 Dollar. 2 Terra, 9,99 Dollar. Und dann geht es hoch noch eine 10 Terra und eine 30 Terra Möglichkeit. Also viel Platz bei Google, denn die möchten ja auch gerne euch Platz zur Verfügung stellen, damit sie genügend Daten haben zum Analysieren. Der war jetzt ein bisschen spitz, aber ja, musste es sein. Googles Goggles, das war mal eine App und ist eigentlich immer noch oder eben auch nicht mehr so ganz. Die sind also Texte übersetzt aus fremder Sprache. Da hat sich aber ein anderes Team bei Google intern in der letzten Zeit ein bisschen formatiert und eine Google Lens App rausgeschmissen, die zuerst nur auf den Pixelgeräten rausgekommen sind und jetzt mittlerweile auch ein bisschen drüber hinaus wachsen. Und ja, wie soll ich sagen, die Google Goals App wird durch die Lens App ersetzt, so wie es ausschaut. Denn mit dem neuesten Update kann das Ganze nicht mehr geöffnet werden und Updates gab es auch schon länger nicht mehr. Aber das kennt man ja bei Google. Dienste lassen sie gerne mal fallen. Oder dann wie bei Google Inbox, der beim vereinzeln oder einigen, auch hier im Geek Talk Podcast hören, beliebte Mail App, die hat ja ganz, ganz, ganz lange kein Update bekommen, vor allem für die iPhone X. Und das kam ja dann irgendwann und jetzt sind da auch noch ein paar Features rausgeflogen. Vielleicht braucht ihr die, wenn dann, könnte es schmerzhaft sein. Wenn ihr sie nicht braucht, dann ganz so. Aber Google hat ja schon mehrfach bestätigt, dass die Inbox App quasi ein Testballon für das Google Mail schlussendlich ist. Und beim letzten Redesign von der Google Mail App sind ja auch zwei, drei Punkte von eben der Inbox dann auch in Gmail gelandet schlussendlich. Dann gehen wir weiter von Google in Richtung Microsoft. Da gab es jetzt endlich ein grösseres Update. Microsoft hat ja versprochen, dass sie grössere Updates raushauen werden in nächster Zeit, was Skype anbelangt. Und im letzten Juli gab es schon die Lesebestätigung, die sie ausgerollt haben. Und jetzt kommt eine wichtige Neuerung dazu, die sogenannte End-zu-End-Verschlüsselung, sei es für Chats, für Telefonate, leider nur Audio, kein Video. Und somit eben, dass das Ganze verschlüsselt stattfindet. Aber immerhin hat man den Schritt jetzt endlich auch geschafft. Gratulation an Microsoft. Wir bleiben gerade bei Microsoft, dessen Launcher für Android, der Microsoft Launcher, den kann man ja, wenn man ein Häkchen setzt, auch in der Beta nutzen. Sprich, ihr bekommt dann da gewisse Features, die später mal umgesetzt werden sollten. Schon früher zugeschanzt. Und in diesem Ding ist jetzt ein Riesen-Update gekommen. Ihr könnt jetzt SMS über Cortana versenden. Auch das wurde Zeit. Somit hoffe ich doch, dass es dann auch ins Nicht-Beta reinwandert, möglichst bald. Zu guter Letzt habe ich noch eine Neuigkeit für alle Kunden von der Swisscom hier in der Schweiz. Denn die haben bei ihren In-One-Abos, und das sind so die grossen, gängigen Abos, die sie so verkaufen, ein bisschen was geändert. Und die Änderung betrifft vor allem unter anderem die Geschwindigkeit. Ihr könnt jetzt ein bisschen schneller eure Daten runter, aber auch hochladen. Das freut vor allem denjenigen, wie jetzt meine Person, der nach vielen, vielen, vielen Jahren immer das grösste Abo auf ein mittleres gewechselt hat und jetzt doch wieder einen Speedbump bekommt für den gleichen Preis. Wenn es nicht freuen wird, sind diejenigen, die XS und die S-Abonnements gewählt haben, denn die dürfen jetzt, neben dem, dass sie einen Geschwindigkeitsboost bekommen haben, mehr bezahlen. Fünf respektive sechs Franken mehr im Monat sind das. Das finde ich dann schon wieder weniger schön. Hätten man vielleicht auch anders lösen können oder eben nicht. Ja, in diesem Sinne, das waren es die News, die ich heute am Samstag für euch habe zusammenkramen können. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag, geniesst das Wochenende und ja, ich gehe jetzt noch ein bisschen Webseite basteln und morgen dann das Tractor Pulling. Dann bin ich näher am Krach. In diesem Sinne, bis bald. Und ja, nächste Woche, der Achim wieder für euch da. Viel Spass mit dem Achim. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.